Willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Als erstes der Rundruf. Unser Universum-Händler treibt sich immer noch in Aldrin rum. Na gut, der hat aber genug zu tun. Verkaufe Waren. Den werden wir nächstes Mal irgendwo anders hinschicken. Achtung! Sicherheitsdienst! Wir haben einen 032 an der Verladerampe auf Ebene 9. Sektion 2 Ein 032 an der Verladerampe. Da ist bestimmt ein Sack Reis umgekippt. Gut. Unser Sektor-Händler hier ist okay. Zurück zur Heimatbasis mit dem Stationsfrachter. Was hast du an Bord? Kristalle. Na super. Und unser Springblossom hängt rum. Und unser Navigationssatellit auch. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man mit der Hades an unserer C4 andocken kann. Ich glaube, es geht nicht. Dafür ist sie zu groß. Ich bin interessiert daran, abzudockeln und weiterzufliegen. Wir sind in Terraladi Profit. Und haben die Wahl zwischen CEO Spuxoid und Familie Wii. Ich würde sagen, wir nehmen CEO Spuxoid, weil da ist noch ein offener Anschluss. Das heißt, hier sind noch Sektoren, die wir noch nicht kennen. Wer ist Tor? Da. Tor. CEO Spuxoid. CEO Spuxoid. Was ist eigentlich ein Bugsoid? So. Okay. Warte mal. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ich dachte, hier wäre noch was Interessantes, aber ist nicht. Na gut. Ah, da kommt eine durch. Ne, wir sind gemeint. Erreiche System. CEO Spuxoid. Willkommen in CEO Spuxoid. Ah, da kommt das Begrüßungskomitee. Pirat. Elite. Ein Elite. Oh, der ballert da drauf. Dann lass uns da mal hinfliegen. Bevor die Sektorwache kommt und den platt macht. Weil ich will den platt machen. Verschwindet. Augenblicklich. Aufgeben ist nicht ehrenvoll. Aufgeben. Weißt du was? Sterben ist toll. Na, willst du aufgeben? Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das Teladi Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten sie 1000 Credits. So, oh, Gauss-Geschütze. Taifun-Raketen. Ja, sieht gut aus. Fünf Megajoule-Schilder. Erkundungssoftware. Ja, sie brauchbar aus. So. Ost-Tor. Tor. Teladi Profit. Teladi Profit. Ach so, wir sind wieder auf dem Weg. Ja. Da müssen wir genau in die entgegengesetzte Richtung. Nämlich... Ah, da ist es Südtor. Und da ist es West-Tor. Das kennen wir schon. Manila-Ausgrenze. Genau. Das heißt, wir gurken jetzt zum Südtor. Tor. Profitloch. Profitloch. Corsaren. Fraggut-Transport. Ah, der wird schon platt gemacht. Da kommen wir zu spät. Oder auch nicht. Viel ist nun in Feuerreichweite. Anzeige für den Sektor. Ich bin der Ticket dringend unterstützt. Unterstützung kommt ja schon. Er gibt aber nicht auf. Schade. Ey, Kumpel, der war mein Abschuss. Teladi, Biotransport. Ja, siehst du, jetzt kriege ich nämlich keine 5000 Credits. Weil er ihn abgeschossen hat und nicht ich. So, ein Mist. Erreiche System Profitloch. Ein Profitloch. Und das Profitloch sieht aus wie Energiepulskanonen. ein Gauss-Geschütz-Munitionsfabrik. Pirat-Herrier. Privat-Pirat-Elite. Och, so Profitloch, ich sieht das hier gar nicht aus. Solaranlagen, Waffenfabriken. Glückspalast. Braucht Sumpfpflanz und zahlt gut dafür. Das wäre natürlich auch eine Idee, wenn wir ins Drogengeschäft einsteigen und Raumkraut herstellen. Soll ja recht profitabel sein. Erreiche System Raumkrautgraben. Raumkrautgraben. Klingt nach einer Menge Raumkraut. Da, Traumfabrik. Produziert Sumpfpflanzen. Genau. Und aus den Sumpfpflanzen macht dann eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Ihr Hades. So. Energiezellen gekauft. Mach mal ruhig ein paar mehr. Energiezellen. Und jetzt fliegst du hier rüber und docks an im O. Das Hauptquartier. Kommando akzeptiert. Kanzel. Hinten macht Raketenabwehr. Kommando akzeptiert. Alles klar. So, der Raumkrautgraben sieht eigentlich ziemlich steinig aus. Ich bin doch rausgewichen. Ernsthaft? Und jetzt fliegst du hier rüber und docks an im O. Und jetzt fliegst du hier rüber. Ich starte die Aufnahme nicht neu. Dieser Tod bleibt im Spiel und ihr dürft ihn sehen und drüber lachen. Mäh. Also noch mal abdockeln. Wir wollten nach... Ich bin so leicht motiviert. Ich weiß nicht. Irgendwann, wenn ich wegen so einer Ungeschicklichkeit draufgehe, mache ich wahrscheinlich einen Rage-Crit und fange ein anderes Spiel an. Was könnte man denn dann hier spielen? Also, falls ihr eine Empfehlung habt für ein gutes Raumschiff spielen. Singleplayer. Ich mag es einfach nicht, wenn irgendwie ich als Gelegenheitsspieler, wenn irgendjemand vorbeikommt und einfach, weil er es kann, einen umlegt und weiterfliegt und selber nichts von hat. Ich spiele lieber hier so eine Singleplayer-Spiele, wo ich machen kann, was ich will. Und ja. Also, wenn ihr dann eine Empfehlung habt, was gut ist, immer her damit. Kursaren, Frakuttransport. Pirat, Elite. Kursaren, Frakuttransport. Na gut. Tüüüüt. Hauen Sie schon ab. Das ist jetzt ein Witz. Im Namen des Vorsitzenden CEO, das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. So. Teladianium-Gieß-Pirat-Elite. Teladianium-Gießerei. Verschwindet! Augenblicklich! Aufgeben ist nicht ihr! Sterben ist ehrenvoll. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ich mache dir einen sowas von ehrenvollen Tod. Deine Freunde werden sich noch lange darüber freuen, dass du tot bist. Weißt du? So. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Gubanes-Ugalaliras-Juhulbus der Dritte. Dann holen wir den Bus. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Diese Mission wird von ihnen keinen großen... Wollen wir Mulafu umlegen? Eingehende Nachricht. Töte Mulafu in Profitloch. Profitloch kennen wir nicht. Tor. Profitloch. 50 Kilometer sind zu weit. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Ich iniziere Sprung. Erreiche System. CEOs abzuid. Hä? Bin ich jetzt falsch gesprungen? Ne. Ach stimmt. Ich bin zum Südtor gesprungen und muss natürlich durch das Südtor durchfliegen. Erreiche System. Profitloch. So. Pirat. Hades. Ein Hades. Lange keinen mehr gehabt. So. Na dann mal schauen. Hier ist natürlich wieder genau am anderen Ende. Ne. Für die Liebe der Königin. Ja. Ich liebe deine Königin auch. Aber dich liebe ich nicht. Für die Liebe der Königin. Ach der will gar nicht, dass ich ihm sagen kann, er darf aufgeben. Ich sevpe die Merkский, mit dem man einst, den man einen schlageriert ist. Der Name des vorsitzenden CO, Vestela, die Unternehmen ist. Eingehende Nachricht. Den habe ich jetzt aber erschossen. Er ist nicht am Schilden kapiert. Die ist nicht am Schilben gestoppt. Rachraum enthält nun Maltis-Rakete. Sehr gut. Oh. Da sind noch sieben Tomoha-Raketen von dem Hades. Die können wir nämlich unserem Hades andrehen. Da ist eine Nachricht. Unser Hades. Ach so, Munafu, genau. Die Regierung möchte Ihnen danken. Sie sind unser großer Held und haben natürlich viel Geld gewonnen. Das finde ich doch toll. Profitloch. Gut. Kennen wir das Westtor schon? Osttor meine ich. Gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir in den nächsten Sektor. Ach ja, das war unser Raumkrautgraben. Dann Raumkrautgraben wir mal eine Weile. Mal schauen, welcher Asteroid jetzt unserer ist. Hier fliegt aber auch eine Menge Mist drum. Sind Tore zu sehen? Noch nicht. Okay. Da ist die Station. Mit einer Mission. Ich würde sagen, wir machen die Mission nächstes Mal. Und docken jetzt hier an. Und ich sage dann von hier aus, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. See you later. Tschüss. Tschüss.